hallo liebe freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute tag 7 der arduino basics reihe und heute befassen wir uns mal mit dem if statement also if than else bedingungen und wie der name schon vermuten lässt geht es dabei um vergleiche um auswertungen um ja bedingungen halt ja und letzten endes ist das ja auch so das elementare eines programms ich schreibe ein programm weil das entscheidungen fällen muss also wenn ein knopf gedrückt ist dann tut das sonst nichts oder vielleicht was anderes und genau mit der thematik wie man solche entscheidungen im programm umsetzt möchten wir uns heute befassen ich würde sagen wir schauen als erstes mal in den kalender welches bauteil uns da heute erwartet und danach erkläre ich euch welches programm ich für heute angedacht habe um die bedingungen mit euch durchzusprechen so heute tag 7 haben wir hier oben wir haben eine neue led und zwar jetzt noch eine blaue das war es auch mit leds damit haben wir zumindest schon mal alle leds das kann ich schon mal vorweg nehmen aus dem kalender rausgezogen ja und damit geht es auch direkt weiter was möchten wir denn heute überhaupt machen und zwar haben wir gestern ja das potentiometer bekommen ja und wer das video gestern mit dem poti verpasst hat der kann gerne mal oben in die infobox gucken ich verlinke da auf jeden fall eine playlist mit allen bisher veröffentlichten videos der arduino basics reihe ja jedenfalls habe ich mir überlegt ein poti bietet sich super an um bedingungen zu erklären wie wir gestern ja gelernt haben habe ich bei analog read ja eben werte von 0 bis 1023 also kann ich da auch ein bisschen mehr mit rumspielen als wenn ich nur einen knopf habe den ich nur drücken oder eben nicht drücken kann davon abgesehen einen knopf haben wir eh noch kein da habe ich mir überlegt wir haben jetzt vier leds hier liegen wir haben den poti hier liegen ja arduino steckbrett klar paar kabel und dann habe ich mir überlegt man könnte ein lauflicht machen der arduino kalender sieht glaube ich ein projekt vor wo man ein lauflicht nachbaut wo man die geschwindigkeit mit dem poti einstellen kann ich habe das ganze jetzt noch ein bisschen erweitert um ein bisschen mehr die bedingungen damit rein zu bringen und zwar habe ich mir überlegt wir haben einen bereich von 0 bis 1023 den das potentiometer komplett abdecken kann und da habe ich mir überlegt wir machen von 0 bis 512 also die erste hälfte läuft das lauflicht vorwärts wenn ich am anfang bin läuft schnell und umso weiter ich in die mitte kommen auf bis 512 da wird es dann langsamer bei 513 wechselt dann die richtung läuft dann rückwärts langsam bis zur 1023 wird es dann rückwärts immer schneller so kann ich also nicht nur die geschwindigkeit sondern auch die richtung noch zusätzlich steuern ja das wäre so meine idee um die if bedingungen mal zu erklären ja und ich würde sagen wir legen auch direkt los als erstes stecken wir das ganze auf dem steckbrett schnell zusammen springen danach ins sketch gucken uns das ganze schritt für schritt an ja dann hoffe ich seid ihr nach dem video wieder ein stück schlauer und eurem eigenen arduino projekt einen großen schritt näher ja hier seht ihr jetzt alle uns zur verfügung stehenden bauteile für das heutige projekt und ich würde sagen wir fangen einfach mal an wir nehmen zuerst das potentiometer hier sehen wir noch mal wir haben einmal die eingänge wo wir hier 5 volt und ground drauf legen und hier unseren ausgang den wir gleich wieder auslesen über den a0 den foto stecken wir jetzt so ins steckbrett dass wir die beiden eingänge in dem ein block auf der einen seite sitzen haben und auf der anderen seite den ausgang der ausgang geht auf den a0 so dann haben wir jetzt hier wieder unsere vier leds und diese vier leds kommen an die pins d3 4 5 und 6 die blaue led biegen wir wieder ein stückchen auf die ist ja noch neu das kennt ihr ja inzwischen so und dann sollte das in etwa so bei euch aussehen angeschlossen von d3 bis d6 das lange beinchen auf der seite des arduinos also an den digital pin des arduinos das kurze beinchen der led geht hier auf die äußere leiste des steckbretts und daher müssen wir jetzt auf der äußeren leiste des steckbretts wieder ground anschließen dafür habe ich diesmal von dem isolierten draht einfach mal so ein paar stückchen abgeschnitten die spitzen abisoliert und das setze ich jetzt hier zwischen ground und der äußeren leiterbahn und somit haben wir alle vier leds direkt auf dieser seite auch an ground angeschlossen jetzt müssen wir hier noch den poti eingang mit ground verbinden dafür nehme ich das blaue kabel jetzt fehlt am poti noch der 5 volt anschluss dafür nehme ich noch mal hier so eine kurze steckbrücke verbinde diese mit der äußeren leiterbahn hier das heißt diese bahn wird unser 5 volt anschluss diese bahn wird unser ground nehmen noch so eine steckbrücke und verbinde jetzt die äußere leiterbahn hier mit dem 5 volt anschluss des arduino nano damit ist der poti fertig angeschlossen hier drüber kann jetzt der arduino den eingestellten wert des potentiometers auslesen ich blende euch hier auch nochmal eben kurz den schaltplan ein für alle die sich das nochmal genau angucken wollen ein link zum download von schaltplan und sketch findet ihr wie immer in der video beschreibung so der aufbau ist auf jeden fall jetzt fertig ich würde sagen wir wechseln direkt auf den pc hier sehen wir jetzt das sketch wie wir hier lesen können bedingungen mit if then else in diesem sketch bauen wir ein led lauflicht dabei sind richtung und geschwindigkeit über den poti steuerbar das poti signal 0 bis 1023 wird dazu in zwei bereiche aufgeteilt und zwar 0 bis 511 ist vorwärts 512 bis 1023 ist rückwärts dabei ist 0 schnell 511 ist für den rückwärtsbereich langsam und 1023 ist für den rückwärtsbereich schnell so wie funktioniert jetzt das sketch als erstes werden hier die pins definiert die leds hängen an d3 bis d6 und der poti hängt an a0 in der setup methode wird als erstes die serielle schnittstelle aktiviert und danach die pin modes gesetzt und zwar für die vier leds wird der pin mode als ausgang definiert und für den poti als eingang wem das jetzt zu schnell war serieller monitor digitale ausgänge und analoge eingänge haben wir schon in vorangegangenen videos besprochen wer das video dazu noch nicht gesehen hat und jetzt gerade nicht mitgekommen ist der schaut nochmal einfach in die infobox da verlinke ich eine playlist mit allen bisher erschienenen videos der arduino basics reihe da könnt ihr euch das ganze nochmal angucken so und dann kommen wir in die loop methode in der loop methode wird als erstes mit analog read der wert vom poti eingelesen und in die variable poti value geschrieben das heißt hier steht jetzt ein wert drin zwischen 0 und 1023 diesen wert geben wir auf dem seriellen monitor aus ja und dann geht es schon los mit der ersten bedingung allerdings die ersten beiden bedingungen hier die überspringen wir jetzt mal da komme ich gleich noch zu wir gehen jetzt erstmal hier hin ich blende nochmal die grafik ein zur veranschaulichung wir haben unsere poti value und schauen jetzt hier wir haben gesagt von 0 bis 511 sollen die leds vorwärts laufen alles was größer ist sollen sie rückwärts laufen also schauen wir hier mit if ob die poti value kleiner ist als 512 die schreibweise ist immer if klammer auf bedingung klammer zu und in geschweiften klammern schreiben wir dann die befehle die er ausführen soll wenn diese bedingung innerhalb der klammer wahr ist heißt wir schauen jetzt hier ist die poti value kleiner als 512 und wenn das gegeben ist also wenn hier zum beispiel 200 drin steht dann würde er prüfen wenn 200 kleiner als 512 ist und das ist es dann gibt er auf dem seriellen monitor vorwärts aus und ermittelt dann die wartezeit als wartezeit habe ich jetzt einfach mal gesagt wir nehmen hier den eingestellten wert des potis mal 4 das heißt wir bleiben mal bei dem beispiel poti value ist 200 dann würden wir hier eine wartezeit von 800 millisekunden errechnen die wartezeit geben wir auch nochmal auf serien monitor aus und dann werden nur noch die leds der reihe nach ein und wieder ausgeschaltet also wir schalten die rote led ein warten die ermittelte warte zeit von 800 millisekunden schalten dann die rote led aus und die gelbe ein wieder 800 millisekunden warten dann die gelbe aus die grüne ein 800 millisekunden warten grüne aus blaue ein wieder 800 millisekunden warten dann die blaue aus damit sind wieder alle aus und wir fangen wieder oben an warum fangen wir wieder von oben an weil hier ist der if block zu ende und else heißt sonst also alles was nicht diese bedingung erfüllt löst diesen else block aus deshalb heißt das ja wenn dann sonst if then else also wenn poti value kleiner 512 dann macht das und sonst macht das bis hier somit erklärt sich dann auch direkt hier steht sonst und hier haben wir den bereich gleich für das rückwärts laufende lauflicht der macht eigentlich genau das gleiche wie das vorwärts wir ermitteln hier jedenfalls auch bei dem rückwärts laufenden als erstes eine wartezeit so nur hier müssen wir es jetzt umdrehen weil von 512 bis 1023 verhält es sich ja genau andersrum sage ich mal als von 0 bis 511 0 bis 511 haben wir es ja so dass wir sagen können 0 ist der kleinste wert heißt unsere wartezeit ist auch extrem klein dadurch läuft es schnell da jetzt aber beim rückwärts laufen 1023 als schnell gelten soll also der größtmögliche wert als schnell gelten soll haben wir ja das problem wenn wir den jetzt einfach mal 4 rechnen würden dann hätten wir eine extrem lange wartezeit und genau das wollen wir nicht also habe ich hier mal eine kleine formel gebaut die das ganze einfach genau umdreht das verhalten und zwar sagen wir 512 minus in klammern potivalium minus 511 und mit dieser rechnung kommen wir immer genau auf das äquivalent zu der rechnung oben das heißt durch das potivalium minus 511 ziehen wir ja den ersten bereich ab heißt wir halten auf jeden fall immer eine zahl zwischen 0 und 512 und wenn wir diese von 512 abziehen heißt das umso größer die potivalium umso kleiner der wert den wir hier erhalten also haben wir hier hinterher genau die gleiche wartezeit wenn wir jetzt sagen 1023 minus 511 kommen wir auf 512 512 minus 512 sind wir bei 0 also es verhält sich genau umgekehrt ja ich hoffe ihr konnte mir an dem punkt folgen jedenfalls ermitteln wir hier wieder die gleiche wartezeit wie oben diese geben wir auf dem seriellen monitor aus und dann schalten wir wieder die leds einfach nur der reihe nach ein warten mit delay die errechneten millisekunden ab schalten diese led aus und die nächste ein der einzige unterschied ist hier fangen wir nicht mit der roten led an und dann mit der gelben sondern hier geht es genau rückwärts hier fangen wir mit der blauen an schalten dann erst die grüne dann die gelbe und dann die rote und so sorgen wir dafür dass hier in diesem block also wenn der gemessene wert größer gleich 512 ist dann laufen die leds dadurch hier einfach rückwärts so und jetzt kommen wir hier noch zu der besonderheit die ich gerade eben übersprungen habe die potivalue kleiner als 10 und größer als 1013 das sind ja so ich sag mal die bereiche wo die leds am schnellsten laufen würden und wenn man das so ins maximum treiben würde dann ist die wartezeit so gering da sind wir ja unter 10 millisekunden und das geht so schnell dass die leds einfach nur noch so flackern dass es gar nicht mehr als lauflich zu erkennen ist und um das zu verhindern habe ich hier jetzt einfach gesagt wenn die potivalue kleiner als 10 ist dann setzt die potivalue auf 10 heißt ich sorge dafür dass 10 mein mindestwert ist also ich möchte mindestens 40 millisekunden an wartezeit haben und das gleiche erreiche wenn ich sage wenn die potivalue größer als 1013 ist dann setzt sie auf 1013 weil 1013 ist 1023 minus 10 also klammer ich hier auch die letzten 10 stellen des bereichs von 0 bis 1023 aus also ich habe jetzt auf beiden seiten quasi die letzten 10 ausgeklammert das heißt ab 1013 und höher werden die leds nicht mehr schneller genauso wie sie unter 10 auch nicht mehr schneller werden können so und ich würde sagen ich schließe mal den arduino an wir laden mal das sketch von tag 7 hoch der poti steht jetzt ziemlich mittig würde ich sagen und da sehen wir das lauflicht läuft gerade langsam rückwärts damit wir das ganze vielleicht noch etwas besser verfolgen können blende ich hier mal noch den seriellen monitor ein da können wir jetzt hier auch 545 also ist er größer als 512 und deshalb läuft er auch rückwärts und wenn ich jetzt mal vorsichtig den poti ein bisschen in die andere richtung drehe sollten die leds jetzt auch in die andere richtung laufen da wir jetzt einen messwert von 394 haben was ja kleiner als 512 ist und deshalb läuft das ganze jetzt vorwärts und wir sehen die wartezeit ist jetzt hier 1580 also die 395 mal 4 und wenn ich das ganze jetzt weiter hoch drehe sehen wir jetzt hier ist der poti wert wesentlich kleiner geworden dadurch wird auch die wartezeit kleiner und dadurch laufen die leds jetzt auch schneller wenn ich den poti jetzt in die andere richtung mal auf anschlag drehe so und da sehen wir das ist schon sehr grenzwertig genau deshalb habe ich die 1023 hier blockiert eigentlich müsste er bei der rechnung jetzt auf null kommen aber dadurch dass wir das hier oben abfangen und ihn auf 1013 zurücksetzen kommt er immer noch auf die mindestwartezeit von 40 millisekunden wodurch wir wenigstens noch ansatzweise das flackern der leds erkennen können weil ansonsten wäre das lauflicht gar nicht mehr zu erkennen gewesen ja und das war es auch schon wieder mit dem video zu tag 7 der arduino basics reihe sollte ich irgendwas vergessen haben oder euch noch irgendwas unklar sein stellt mir eure fragen gerne in den kommentaren ich versuche euch so gut ich kann weiter zu helfen und die fragen zu klären wenn euch das video gefallen hat und weitergeholfen hat würde ich mich sehr über einen daumen hoch freuen abonniert gerne meinen kanal klickt auch direkt auf die glocke wenn ihr nichts mehr verpassen wollt ja ich würde mich freuen wenn wir uns morgen an tag 8 wiedersehen wenn wir uns mal näher anschauen wie man mit dem befehl map zahlenbereiche neu zuordnen kann ja bis dahin verabschiede ich mich und sage einfach bis zum nächsten video ciao ciao